Entschuldigung, eine kurze Frage. Kennen Sie sich aus mit Weimar? Wissen Sie, ob das das Schloss Belvedere davon ist? Ja, das weiß ich nicht. Aber es gibt irgendwie ein Schloss in Belvedere und es gibt ein Schloss aus der Stadt oder so. Sind Sie kein Plan? Nein, leider nicht. Können wir mal gucken. Ja. Hier war doch irgendwo die Anamalia. Ja, das ist die hier. Und ansonsten habe ich nämlich heute festgestellt, dass die Gebäude sich zum Teil so ähnlich sehen. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Ich bin schon einmal nachher komplett falsch gelaufen. Ja. Ja, Moment. Ich weiß ja nicht, wir können uns ja auch zusammenführen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht heute Abend auch was vorhaben. Doch, doch habe ich. Ich habe nämlich ein riesen Rohr in der Hose, muss ich sagen. Meine Familie erwartet mich. Nein, nein, nein. So, was von dem riesen Schloss Belvedere? Ja, Schloss Belvedere. Wir haben das irgendwie gar nicht wahrgenommen mit meinem riesen Rohr hier oder? Nee, machen jetzt Scherze mit mir, oder? Das ist super, super hilfreich. Ich kann Ihnen das sagen. Ich kann Ihnen jetzt bitte Informationen über Weimar Gehirn geben. Ich mache gerade noch keine Spitz.